Schlummern in Ihrem Keller noch alte Schallplatten? Dann können Sie jetzt die Kisten entstauben und Ihre Vinyl-Schätze per Knopfdruck ins digitale Zeitalter retten. Der kompakte Musikkünstler mit integrierten Lautsprechern und übersichtlichem LCD-Display verbindet Tradition und Moderne auf perfekte Weise. Das Gerät digitalisiert Singles und LPs im Handumdrehen. Sogar alte Platten mit 78 Umdrehungen pro Minute können Sie aus der Mottenkiste holen und direkt in MP3-Dateien umwandeln. Mit der beigelegten Software befreien Sie Ihre alten Vinyl-Hits bei Bedarf von lästigen Knacksern und peppen die Musik mit tollen Soundeffekten auf. Ihr neuer Plattenspieler kann aber noch mehr. Ganz im Stil einer Mini-Anlage ist er Radiotuner mit sechs Speicherplätzen und spielt digitale Musik direkt von SD-Karte oder USB-Speicherstick. Ein Muss für jeden wahren Musik-Fan, der seine alten Lieblings-Hits nicht einfach aufgeben möchte. Also bestellen Sie jetzt und hören Sie schon bald Ihren neuen alten Sound.